Wir lassen diese Bilder wirken. Es sieht so aus, als könne er es noch nicht so recht glauben. Das ist eine ganz ähnliche Situation, wie wir sie vor acht Jahren bei Josef Ratzinger erlebt haben, der ja auch sehr zurückhaltend und sehr bescheiden diesen ersten Amtsakt absolviert hat. Fast sieht es aus, Bischof Clemens, als wollte man sich erst kennenlernen. Die Menschen auf dem Petersplatz und der neue Papst.